Hier im idyllischen Moseltal liegt die Freier vom Stein Realschule Plus in Bernkastel-Kuhs. Umgeben von Weinbergen, Natur und jede Menge Platz zum Wohlfühlen, finden Sie uns, das Ausbildungszentrum für Tiergeschütze Pädagogik in Rheinland-Pfalz. Hier bieten wir eine systematische Ausbildung an, die dem Hund-Mensch-Team alle Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die man im Schulhundalltag benötigt. Kein Hund kommt als perfekter Schulhund auf die Welt. Er hat vielleicht die passenden Talente, aber diese allein qualifizieren ihn lange nicht hinreichend für seinen Job. Vor allem der Schulhund braucht eine Hundeschule, und zwar eine ganz spezielle, die auf die Anforderungen seines künftigen Berufes abgestimmt ist. Das Grundlagentraining wird ergänzt durch spezielle Aufgaben für verschiedene Einsatzbereiche sowie Tipps zum Umgang mit besonderen Situationen. Hundefreundliches, modernes Training unter Wahrnehmung möglicher Stress- und Überforderungssignale im Einsatz stehen dabei im Vordergrund. Alle Seminare betreffen das ganze Team, also Mensch und Hund. Unsere Kurse sind Fortbildungsseminare für Menschen, die in den Bereichen Schule, Kindergarten, Betreuung oder Rehabilitation tätig sind und ihren Hund in ihre Arbeit mit einbeziehen möchten. Zum Programm gehören zahlreiche praktische Übungseinheiten, möglichst auch unter Beteiligung der jeweiligen Zielgruppen. Wir arbeiten mit den Schulhundkindern der Freiformstein Realschule Plus zusammen, die von der Pike an den richtigen Umgang mit den Vierbeinern in einer Schulhunde-AG gelernt haben. Das Lebewesen-Hund, seine Herkunft, seine Beziehung zum Menschen, sein Ausdrucksverhalten, seine besonderen Fähigkeiten und sein Lernverhalten stehen im Mittelpunkt. Die praktischen Trainings mit den Schulhundkindern sind uns sehr wichtig. Wir können gezielt die Kinder noch einmal intensiv an ihrer Körpersprache arbeiten, damit die Übung am Ende mit Erfolg durchgeführt werden kann. Hat alles gut geklappt, sind Zwei- und Vierbeiner zufrieden. Und das ist unser Ziel. Unsere Kunden können mit den ausgebildeten Schülern üben. Diese Gelegenheit ist etwas ganz Besonderes, denn die Kinder helfen den erwachsenen Schülern gerne bei der persönlichen Weiterentwicklung oder bringen sich mit Tipps und Ideen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ein und verhelfen zum angestrebten Erfolg. Kinder und Hunde müssen Erfolgserlebnisse haben. Die Aufgaben müssen daher so strukturiert sein, dass sie von beiden schnell verstanden werden. Pädagogische Ziele sind dabei die Förderung von Vertrauen, Konzentration, Sensibilität und einem Gemeinschaftsgefühl. Die Sprache der Hunde zu verstehen hilft, auch mögliche Angst vor Hunden abzubauen. Denn auch hier unterstützen wir die Kinder mit diesen Nöten. Zu einer guten Ausbildung gehört auch das passende Buch dazu. Im Oktober 2016, also noch ganz druckfrisch, erschien unser Werk Hundeschule für Schulhunde, ein Ausbildungsprogramm für Begleithunde in Pädagogik und Therapie. Dies ist beim Künos Verlag erhältlich. Im Anschluss an die sechsmonatige Ausbildung werden die Kunden in Theorie und Praxis geprüft. Hier darf dann jeder zeigen, was gelernt wurde, um an sein hart erarbeitetes Ziel zu gelangen. Das Ziel, die Prüfung mit Erfolg abzuschließen und sein Zertifikat ausgehändigt zu bekommen. Hier dürfen die Kinder sich gerne mit einbringen und sind stolz, jeden einzelnen Prüfling gratulieren zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020